Fünf, vier, drei, zwei, eins, zero. Alter, das war richtig erotisch. Du bist einfach mega laut gerade, Alter. Alter, jetzt nimm doch mal die scheiß Waffe und nicht die ganze Zeit. Sag mal, bist du völlig behindert, du Dreckscheiß-Game? Wir müssen ein kleines Stück fahren und die Zone ist am Stadtrand. Ja, 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 fahr mal zu Chris, ich komme gerade zu Chris und gebe mal lo. Ich stehe neben ihm, also wenn ihr euch beeilt. Dann bist du nicht. Chris. Warum sind die Leute da hinten? Oh, Mann, ey. Weit hinten, es kommt aus dem Haus, Chris. Ja. Alter, Merde, du bist nicht bei mir. Warum ist Mario? Bleib stehen. Ja, nicht, Alter. Ich sag, du bleib stehen und fest. Ja, dauert es, bis der bremst. Oh, mein Gott. Fahre ja anders, Battlegrounds und die Farbe. Fahre weiter links von der Stadt, wenn es geht. Hauptsache, nicht gegen die Bäume. Ja, das ist ein bisschen schwierig hier. Nicht gegen die Bäume? Wow. Was läuft? Michi, Mario fährt. Ja, das läuft. Verstehe. Fahr weiter links über das offene Feld. Ich habe immer Angst, wenn der Fahrer einen M in den Arm hat. Links, 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 weiter links, weiter links, weiter links. Ihr wart ernsthaft zum Drop? Ja. Drück halt mal Shift. Ja, da wird der Brasser landen. Out. Ich wollte es nicht mehr sagen. Rechtsspieler, 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 Rechtsspieler. Ja, dann machen wir was. Fahre auf den Hügel, fahre auf den Hügel, fahre auf den Hügel. Links, 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 links. Und stopp. Ja, macht was. Wo war das Spiel? Da vorne ist ein... In den Häusern. Ich entschwemme und ihr deckt mich? Ja, da muss ja. Ein-Hit. Dreckt mich, ne? Ihr seid meine einzige Lebensrettung. Und wir müssen gleich ein ganz... Ja, okay, so weit ist es nicht. Ich habe dem Gegner einen-Hit gegeben. Das sind mindestens zwei Spieler. Beide haben jetzt einen-Hit. Mitten in der Siedlung hier. Achter. Drei Hits. Ja, ist ausgenockt. Ja, ich war da hinten. Ich war wahrscheinlich nicht rechtzeitig zurück, aber... Egal, ich habe Pankiller, Mad-Kids und alles. Wir rennen zu... In den Gamehäusern hierüber hinten sind jetzt zwei Spiele. Eines ausgenockt. Ich stehe den Wagen bereit. Nein, fuck, 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 fuck deswegen kannst du besser fahren ja ich muss mich kurz heilen tut mir leid immer kommst du langsam mal ich bin schon auf fliege ich bin schon wieder auf fliege abfall oder so das ist dann relativ kacke jetzt kommen wir sind gleich tot ich kann nicht schneller rennen als mein charakter das macht dann schwanger zu cheaten aber rechts entlang fahr rechts zum hügel nicht da wo die spieler sind die gegner habt aber die werden wahrscheinlich doch da hängen die fahrenzeit oder zu den häusern ich habe keine ahnung wo die gefahren wird fahr rechts über den hügel am besten wo wir deckung haben aber erst nach der kurve hallo wie wäre es wenn ihr mich aufhebt wir wurden gerade geschossen oder nicht du bist einfach umgefallen warum steigt ihr denn aus ja wie soll ich denn sitzen bleiben wenn ich umgefallen bin tot wieso bist du umgefallen hä du bist mit dem auto umgefallen weil du nicht fahren kannst ich bin nur seit ich bin so weit auf konnte ich fahren war es komplett auf dem kopf ich bin oft ich war nur an der seite bei jetzt dann ich werde erst mal über den hügel teil mich ich habe ich war nur leichter der seite ist oder war okay dann halt nicht wir müssen fahren wir müssen fahren aber ich muss nicht doch zu gegner hinter uns einmal getroffen sicherheit habe ich öffnen aber das wo bin ich denn da bitteschön seit jetzt überfahren ist es ist hier gar nichts weiter 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 wir müssen weiter zu weit weg aber ich bin grad eben war ich echt nur auf der seite nicht umgekippt crema müssen los zone kommt ich werde jetzt nicht noch mal sterben weil 50 sekunden hätten und gegen die kämpfen können und dann fahren okay auch keine medie fix mehr dann hierhin ja wir dürfen nicht mit dem auto fahren jetzt deshalb ist jetzt direkt am anfang durchlaufen rechts von uns irgendwie hinter uns gegangen auch kann aber wieso ist die rechts von uns aufgegangen bei der reingeschwissen hat wieso ist der ich weiß es ist auch nicht von links fahrt wenn wir uns bezüglich haben wenn wir uns auch zu diesen schüssen also jetzt sind sie sind bei uns der berghoßen hat es geschafft leute leute jetzt sind jetzt in der ruck immer noch nicht ist auch nicht macht eine bergziege und schüsse ich komme nicht mehr voran ich habe so stark gelegt ich kann nicht mehr laufen das sieht gut aus der folge meiner stimme jetzt geht es wieder 149 aus jetzt bezahlt abgedrückt faktisch habe ich abgedrückt eine meiner jetzigen verfassung was lex angeht darf ich das echt nicht mache ich habe ich lex die kommt ich hoffe ich habe ich weiß ich weiß nicht sofort ausgenutzt oder ich muss mich heilen ich muss mich heilen polizei wirst du brauchst du den lud von mir ja ich brauchte ich habe keine west ok ohne was ist los ohne was ist verdammt die zone ach so ich habe verstanden sich mal normal ausdrücken kreber ich mich jetzt nicht auf sagt er ohne ich habe auch ohne verstand zweimal ein ausgenockt ich sehe einen rechts an der zone 345 er scheint ausgenutzt zu sein ok marie du musst dich ich werde das nicht mehr packen nein du musst erstmal drüber ja ich laufe in die zone rein zwei leute getötet habt ihr ihr nicht mal gesehen habt wir sind vielleicht zwei leute die ist noch gut neben mir noch ein letztes neben mir das ist der den gesehen hat der feigt ist von der seite von der seite ich war in der position es war nämlich von links natürlich hättest du nichts machen können ja und die neue zone liegt direkt vor der tür drehen man nicht mal mehr ein drittel lebt und kein spielerkontakt so traurig dieses game ich bin so einsam ich bin so einsam ja brauchst du energy auto hinter uns hinter uns hinter uns ich habe dir was hingelegt ich habe dir was hingelegt hier ok so viel hätte ich nicht gebraucht ich habe noch viel mehr davon ich habe den ersten schuss voll verkackt weil ich dachte er läuft weiter ich habe nicht drauf geballert hinter mir unter mir habe ihn er war direkt tot aber nicht der im wagen doch ist das nicht hier ein auto unter dem hinter der mauer ich habe ihn ja unter der mauer hergeschossen er war hier gerade ein dacia vorbei fuhr ähm westen naja das ist kein wagen ja westen aber der hatte ein jeep eben westen ja positiv ich habe ihn ausgesucht und er ist tot aber er war ausgenockt vorher das ist noch einer streifschuss streifschuss zu mir äh beim baum wo der wagen ist äh getroffen da hinten wo der dacia ist das nochmal er ist ausgenockt hinter baum ich kriege ihn nicht mehr nur ausgenockt ich kriege ihn mit dem wagen zur explosion ja ich er ist tot er ist tot wir haben nur noch sieben gegner ne aber das ist immer noch einer da müssen wir aufpassen ich meine ja nur wir haben sieben gegner schieß weiter auf den wagen schalt mal unseren rücken im auge oben am baum 255 ja moment moment er bewegt sich scheiße das ist am baum ich kriege ihn nicht mehr ja du hab direkt vor uns bei der hütte hier vor uns auf der anderen seite der mauer ist auf der anderen seite ja du reden wir mal ich hab kaum muni ich muss hingehen was brauchst du für ne muni was brauchst du für ne muni der ist direkt hier hinter direkt ja da ist er krämer deckt ihr mich wenn es geht er kommt aus dem baum raus guck guck hier grad ob ich was seh ok scheiße der typ läuft hier das ist kein spawn von einem jeep scheiße ich treff der typ nicht na fuck er läuft zickzack ich kriege ihn so nicht muss da allein der typ kommt in unsere richtung laufen er kommt in unsere richtung ich kriege ihn so nicht ich wurde gehattet von der anderen seite wir werden in der zange grad genommen zweiter hatt bei mir ne der typ wie du abgeschossen hast chris ne der typ ist immer noch unter dem stein er bewegt sich kurz ist unter dem stein ich seh ihn aus südosten ich schüsse das ist immer noch down ich kriege nicht was heißt down nix down bei mir ist nix down im westen ist bei mir normal sag dich down ab 1 ab 1 ab 1 ab 1 beim stein wo du das investiert hast ja er das war der denn auf den nicht gezielt aber gut wir haben nur noch fünf gegner jungs die ein hat überlebt war kein headshot ist tot also hier auf richtung norden ist nix der rest muss alles oben sein wenn ich sehe drei gegner noch hinten ist eine rauchgranate richtung südosten so ungefähr die können zusammenspielen ne sie haben sie haben sie schon eingesehen nein von den letzten drei nicht mehr jetzt merke ich es auf jeden fall ich sehe sie sich ich sehe sie sich ich höre mich hoch ich höre mich hoch ich höre mich heilen ich habe ein ausgenockt ich habe ein ausgenockt ich habe ein ausgenockt verdient hab dich kannst du mir sagen von wo ähm süden ungefähr 165 ne süden 165 ne ich habe einen von den ausgenockt pushen wir da hoch? ja ich sehe ihn immer noch ich sehe ihn auch immer noch ein hab ich hab wieder ein head bekommen ich habe wieder einen ausgenockt und getötet das ist noch mindestens einer von da wo du sagtest da kamen gerade die Plätze ihr müsst vorgehen ja ich muss mich halt halten ne ah scheiße den hinterm Baum scheiße der hat den ihr müsst vorrennen weil ich 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 muss die von wo? wo? scheiße ich renne auch hinter Kramer hinterher wir müssen pushen äh tot nur noch das ist nur ein ja hab sie alle erwischt sehr schön chris richtig gut richtig gut gespielt weiter chris gewinner auch ach du scheiße der andere war noch ausgenockt das war geil also den typ auf den ich geschossen hab den ich hinterbauen gesehen hab der war noch ausgenockt hast du gekillt? äh 5 5 das war jetzt ein 3 2 michi 2 sag dich unter 10 kills jetzt haben wir nur 9 ich hab 2 michi 2 chris 5 was soll der schwer denn jetzt? ahhh tut mir halt leid ja wir müssen noch ne runde spielen also anders geht das halt nicht ne? also äh war richtig gut gespielt das endet ja vor allem ich hab meinen tod schon gesehen das hat wohl kills bis zu dem zeitpunkt als ich die K fand mit dem airdrop mit Airdrop oh das ist geil das ist geil